Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Ron, unsere Chefin vom Dienst, Tina Hinz, der ist jetzt hier gerade noch ein bisschen rumgeflitzt, denn so ist es nun mal eben in einem Live-Betrieb und wenn man pünktlich um 18 Uhr die Nachrichten bringen möchte, ja, dann ist nun mal auch alles manchmal mit heißer Nadel gestrickt. Genau, dann vergisst sie auch schon mal ihr richtiges Mikrofon anzustecken und nimmt mal sie in die Hand und blitzt mal eben um die Ecke. Genau, so jetzt müssen wir leider ein bisschen ernster werden, denn wir haben sortiert unsere Sendung mit einem Urteil, das aufgehoben worden ist, nämlich das Mordurteil gegen zwei Todraser. Der Bundesgerichtshof hat das heute entschieden und wir fragen uns, ist das jetzt der freie Brief für alle Raser? Außerdem der Tobi und die Pompons. Unser Tobi Becker hat sich mal unter Cheer Dancer gemischt und das Ergebnis, ich sag Ihnen, das kann sich wirklich sehen lassen. Und außerdem, wenn Sie mal keine Lust haben zu kochen, mieten Sie sich doch einfach einen professionellen Koch. Was das kostet, ob das gut ist, wir zeigen es Ihnen jetzt hier bei RON TV. Mit Spannung haben viele Augen nach Karlsruhe heute geschaut, eben auch unsere, denn der Bundesgerichtshof sollte darüber entscheiden, ob das Urteil gegen die sogenannten Raser vom Kuhdamm aufgehoben wird oder nicht. Die hatten ja einen unbeteiligten Menschen getötet und das Berliner Landgericht hatte sie wegen des Mordes verurteilt. Nun allerdings hob der Bundesgerichtshof dieses Urteil auf. Natalia Höppner mit den Hintergründen. Vor zwei Jahren, im Februar 2016, stirbt Michael W. als Unbeteiligter bei einem illegalen Autorennen. Die Raser sitzen in Haft, bekam lebenslang. Heute nun der Rückschlag für den Sohn des Opfers. Das Urteil wegen Mordes, es wurde gekippt. Nach der Verhandlung habe ich irgendwo ins Geheimen mit dem Urteilsspruch gerechnet, erwartet, dass es auch natürlich so kommen kann. Aber im großen ganzen Drama. Mit 170 kmh rasten Hamid H. und Marvin N. durch die Stadt. Sie missachteten elf rote Ampeln und rammten dabei den Geländewagen des 69-Jährigen. Viele bezeichnen es vielleicht als Unfall, ich bezeichne es als Hörerszenario. Es wurde von den Zeugen auch beschrieben, auch von den Polizisten, die vor Ort waren. Das war wie ein Trümmerfeld. Die Berliner Richter sahen dies ähnlich und verurteilten die beiden Männer wegen Mordes. Sie begründeten ihr Urteil damals so, dass die beiden Todraser bei dem illegalen Wettrennen mit bedingten Vorsatz handelten und den Tod anderer Billington in Kauf nahm. Als Mordwerkzeug dienten ihnen demnach ihre bei dem hohen Tempo unkontrollierbaren PS-starken Autos. Ein Urteil, mit dem die Todraser nicht leben wollten. Sie legten Revision ein. Mit Erfolg. Die höchsten deutschen Strafrichter gaben ihnen heute Recht und erklärten das bundesweit erste Mordurteil gegen die Berliner Raser für unzulässig. Sie sehen den Tötungsvorsatz als nicht erfüllt. Der Fall wird nun neu verhandelt werden müssen. Von einer anderen Kammer des Gerichts. Das heißt, auch für Maximilian ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Ich habe gehofft, endlich ist es vorbei. Die Qualen sind vorbei. Alle haben auf das Urteil gewartet. Bang. Weg. Es wird noch dauern, bis Maximilian ein Urteil zu hören bekommt, mit dem auch er den Fall für sich abschließen kann. Die beiden Berliner Raser allerdings können mit einer milderen Strafe hoffen. Und dieses Urteil, das wollen wir noch ein bisschen einordnen mit Dr. Frank Zander. Er ist mal wieder bei uns und mal überspitzt gefragt für Sie als Anwalt für Strafrecht. Ist das nun ein Freibrief für Raser? Nein, auf gar keinen Fall ein Freibrief für Raser. Zumal ja der Gesetzgeber nach diesem Berliner Raserfall entschieden reagiert hat. Er hat den neuen Paragrafen 315d ins Strafgesetzbuch aufgenommen, der nun explizit das Rasen und die Wettrennen, illegale Wettrennen unter Strafe stellt. Und in Fällen wie jetzt in Berlin wäre es jetzt so, dass die Täter bis zu 10 Jahre ins Gefängnis müssen. Also das wäre auch das Äußerste, was man am Strafmast festsetzen kann, wenn man nicht jemanden des Mordes verurteilt. Das wäre jetzt das Äußerste. Für die Berliner Raser gilt das alte Gesetz noch. Da wird es wahrscheinlich eine fahrlässige Tötung geben. Auf die fahrlässige Tötung gilt eine Freistrafe von bis zu fünf Jahren. Und in diesem Rahmen kann sich das Berliner Landgericht nunmehr bewegen. Denn die Entscheidung des Bundesgerichtshofs war eine schallende Ohrfeige für das Landgericht Berlin. Jetzt geht dieser Prozess wieder zurück nach Berlin. Könnte dann auch da wieder das Urteil Mord fallen? Es könnte theoretisch fallen. Es muss eine andere Kammer entscheiden. Aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Ich brauche, um Mörder zu sein, muss ich einen Menschen vorsätzlich töten. Es gibt den bedingten Vorsatz, das hat Berlin damals in Anspruch genommen, hat gesagt, billigend in Kauf genommen. Davon muss ich aber abgrenzen die bewusste Fahrlässigkeit. Und bewusst fahrlässig handele ich dann, wenn es heißt, ich gehe davon aus, dass es gut geht. Ich hoffe darauf, dass es noch gut geht. Das ist bei den meisten Rasern wohl der Fall. Kein Raser möchte jemanden vorsätzlich töten. Er möchte vorsätzlich ein Rennen führen. Er hat einen Vorsatz, illegale Rennen zu führen und zu gewinnen. Aber einen Tötungsvorsatz hat er wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es nochmal ein Mordurteil geben wird. Also jetzt ging es von Berlin zum Bundesgerichtshof und jetzt wieder zurück nach Berlin an eine andere Kammer. Ist das Urteil dann auch wieder anfechtbar? Theoretisch ist es auch dann nochmal anfechtbar. Es kann dann wieder Revision eingelegt werden. Allerdings immer nur dann, wenn Rechtsfehler tatsächlich auch erkannt werden. Und meist werden die Kammern sich an der Auffassung des BGHs orientieren. Der BGH hatte ja einiges ins Hausaufgabenheft geschrieben, sodass man davon ausgehen kann, dass das Urteil dann rechtskräftig wird. Das ist natürlich das Verständnis für Raser, insbesondere dann eben auch für Todraser in der Bevölkerung, alles andere als breit. Was kann denn auch noch geschehen jetzt im Rahmen vielleicht der Gesetzgebung, um noch mehr Abschreckung zu schaffen? Gut, der Gesetzgeber hat ja eine Abschreckung geschafft. Die ganze Zeit war es ja so, dass ich als Raser meistens, wenn etwas passiert ist, eine fahrlässige Tötung als Schlimmstes hatte. Und da war es je nachdem mit einer Bewährungsstrafe getan. Also es wurde gesagt, mach sowas nicht wieder, ansonsten musst du ins Gefängnis, bewähre dich. Ja, jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, nein, das kann nicht sein. Er hat den neuen 315D geschaffen, was dazu führt, dass ich, wenn ich einen Tod oder eine schwere Gesundheitsverletzung verursache durch einen Unfall, bei einem Wettrennen oder beim Rasen, tatsächlich bis zu zehn Jahre ins Gefängnis muss. Und das ist eine Verdoppelung der Straferwartung, zumal jetzt auch die Debatte öffentlicher geführt wurde. Der Bundesgerichtshof hat ja heute auch über zwei weitere Fälle entschieden. Und da gab es ja bereits Haftstrafen wegen fahrlässiger Tötung von zwei Jahren und neun Monaten. Ja, dann hoffen wir, dass entsprechend das auch bei den Menschen ankommt und es letzten Endes einfach bei vielen heißt, Fuß vom Gas. Danke, dass Sie bei uns waren, Dr. Frank Zander. Und wir blicken nach Herxheim am Berg. Am Dienstagabend hatte ja der Gemeinderat darüber entschieden, dass die sogenannte umstrittene Hitlerglocke weiter im Kirchenturm hängen darf. Der Bürgermeister Georg Welke allerdings hatte versäumt, die Abstimmung, die zuvor beschlossen, als geheim zu beantragen. Also heißt, es muss nochmal abgestimmt werden, denn die Mitglieder des Gemeindesrates wurden aufgerufen, einzeln ihre Stimme abzugeben. Und am 12. März soll diese Abstimmung nun wiederholt werden. Apropos Abstimmung, da blicken wir doch einfach mal ins Saarland, denn dort gibt es einen Wechsel an der Machtspitze. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht mehr die mächtigste Frau im Land, sondern es ist er, Tobias Hans, ebenfalls von der CDU. Er ist der neue Ministerpräsident im kleinen Bundesland, denn Annegret Kramp-Karrenbauer geht ja nach Berlin als Generalsekretärin für die CDU. Deshalb hat sie ihr Amt niedergelegt und für seine Amtszeit selbst hat Hans auch schon einige Pläne. Und vor allem ist es mir wichtig, jetzt die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass ich für eine bürgernahe Politik stehe, einer bin, der Probleme anpackt. Ich werde eine Tour durch das Land machen und werde mir auch die Ecken in diesem Land anschauen, die noch nicht so toll sind. 40 Jahre ist er alt, Tobias Hans und damit der jüngste Ministerpräsident aktuell in der Bundesrepublik. Und das passt ganz in das Verjüngungsbild bei der CDU. Und darüber wollen wir unter anderem sprechen mit Nikolas Löbel, dem Bundestagsabgeordneten in Berlin. Herr Löbel, Sie selbst sind 31 Jahre alt, also damit passen Sie auch wunderbar in dieses Verjüngungsbild. Spüren Sie das denn auch, den Drang in der CDU, sich auch, was das Alter angeht, zu erneuern? Ja, wir sind mitten in einem Erneuerungsprozess innerhalb der CDU-CSU hier in Berlin. Wenn Sie sehen, dass die bisherigen CDU-Minister hatten ein Durchschnittsalter von über 63. Wenn jetzt diese neue Große Koalition zustande kommt, dann haben die CDU-Minister ein Durchschnittsalter von gerade mal 50. Dann ist nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin noch über 60. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen der CDU für eine Erneuerung, für eine Verjüngung im Kabinett. Aber ist denn Angela Merkel dann mit 63 Jahren überhaupt das passende Aushängeschild? Ich glaube, es geht darum, dass wir jetzt beides tun. Dass wir auf Erfahrung setzen, dass wir nicht auf Einzelpersonen setzen, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, der Star ist die Mannschaft. Und darum geht es jetzt. Und der Mannschaftskapitän ist Angela Merkel. Aber gucken Sie nach ins Saarland mit Tobias Hans, 40 Jahre Ministerpräsident. Daniel Günther, Schleswig-Kolstein, 44 Jahre Ministerpräsident. Oder Jens Spahn, unser Hoffnungsträger als neuer Gesundheitsminister 37. Ich glaube, das ist eine gute Mannschaftsaufstellung mit Angela Merkel an der Spitze. Es sind ja aktuell sehr turbulente Zeiten, eben auch in Berlin mit der Regierungsfindung. Also es steuert jetzt alles auf die Große Koalition hin. Wie konnten Sie sich denn auch selbst jetzt aus Sicht der Metropolregion für Mannheim dort einbringen? Ja, wir warten natürlich alle gespannt auf das Ergebnis des Mitgliederentscheids. Und wir hoffen natürlich alle, und das kann man hier in Berlin spüren, aber auch in ganz Deutschland, dass die Menschen darauf hoffen, dass die SPD vernünftig entscheidet, damit Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Das heißt, Daumen drücken für diese Entscheidung. Und die letzten Monate waren natürlich aufreibend. Und man merkt auch, dass die Menschen einfach erwarten, dass wir jetzt hier im Deutschen Bundestag einfach unsere Arbeit aufnehmen. Ich bin in drei Ausschüssen nun tätig. Außen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Kultur und Medien. Und die Arbeit hat jetzt eigentlich so richtig mit den Ausschüssen in den letzten zwei Wochen hier in Berlin begonnen. Weil die Welt wartet nicht auf uns. Und wir haben uns jetzt vier Monate Zeit gelassen, zu versuchen, eine Regierung zustande zu bekommen. An der Union hat es ja nicht gelegen. Wir wollten regieren schon von Beginn an. Nur die anderen tun sich damit ein bisschen schwer. Aber ich bin fleißig unterwegs in Mannheim und in Berlin. Und da gibt es ja für Mannheim einige Themen. Ob Sanierungsvorhaben, ob das Thema ICE-Neubaustrecke, da gibt es einiges zu tun. Da bin ich schon mitten an der Arbeit hier in Berlin für Mannheim. Also ein buntes Treiben in der Politik in Mannheim, aber insbesondere für Sie natürlich auch in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Nikolaus Löbel, beste Grüße nach Berlin. Und von diesem, wie gesagt, bunten Treiben. Dort gehen wir zum bunten Treiben in der SAP-Arena. Das Musical Afrika, Afrika hatte dort Halt gemacht. Und es gab natürlich jede Menge Akrobatik und viele Highlights, die auch, jetzt aufgemerkt, einem Ludwigshafener König sehr gefallen haben. Eines der Highlights ist Dumbo, ein Elefant. Kein echter, aber trotzdem lebendig. Dank zweier Akrobaten, die ihn auf der Bühne zum Leben erwecken. Einer davon, Benjamin Lungwar. Der 30-Jährige zeigt uns Backstage, wie er sozusagen zum Tier wird und verrät, was ihm daran so gut gefällt. In Deutschland ist es kalt, deshalb ist es toll, wenn ich reinsteige. Wie warmes Wetter. Und warm ums Herz wird es auch Cipas Bansa, dem Ehrengast der Show. Der 69-Jährige hat seine Wurzeln in Ghana. Und dort regiert er sogar ein afrikanisches Volk als dessen König. Von Ludwigshafen aus. Die Show in der Region ist für ihn etwas ganz Besonderes. Ja, es ist schön, dass sowas in Mannheim kommt. Ja, und ganz Europa kommt. Ja, das freut mich. Ja, ich habe mich gewohnt. Ich wohne in Ludwigshafen. Ich bin ein alter Kurvielter. Und sowas, wo ich lebe, das freut mich. Ich freue mich, ehrlich. Neben traditionellen Tänzen und Rhythmen gibt es aber auch moderne Show-Einlagen. Performt von 70 Künstlern aus über 10 afrikanischen Nationen. Und auch für die Darsteller ist ausgerechnet ihr Auftritt in Mannheim eine echte Sensation. Denn ein Stammesoberhaupt aus Ghana treffen auch sie nicht alle Tage. Für uns war das eine Riesenüberraschung. Heutzutage sieht man einen König ja wirklich nicht überall. Tolle Sache. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Aber nicht nur der König und die Darsteller hatten einen gelungenen Abend. Auch die Zuschauer in der Mannheimer SAP-Arena waren begeistert. Vor allem von der großen Bandbreite der Show. Mir hat am besten gefallen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dieser Balancier-Künstler. Also es war Wahnsinn mit der Konzentration, wie er das aufgebaut hat. Also musste ich wirklich die Luft anhalten. Der Schlangenmensch, der sich verbogen hat. Das war beeindruckend. Jetzt zum Schluss die Jungs da auf der Wiebe, wie auch immer sich das nennt. Fand ich schon sehr beeindruckend. Da sehnt man sich doch glatt nach Afrika. Und selbst ein König bekommt bei dem Anblick Heimweh. Ja, ja, heute kriege ich Heimweh. Ja, wir tränen mir Augen. Aber bei so viel Wärme können das doch nur Freudentränen sein. Und mit Tanz geht's bei uns weiter. Denn es geht um Sie, 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 Sie und Sie und ihn. Tobias Becker mit den Pfützenmeyer Cheer Dancers. Ja, er hat's mal selbst ausprobiert. Und das war eine schweißtreibende Angelegenheit. Gleich nach der Werbung. Die MLP Academics Heidelberg haben so schnell wie noch nie zuvor die Playoffs erreicht. Und es liegt unter anderem, würde ich mal einfach so behaupten, eben an diesen Mädels, an den Cheer Dancers von Fitzmeyer. Fitzmeyer Cheer Dancers, die unter anderem dort ordentlich für Stimmung sorgen, aber auch für die Mannheim Longhorns und eben auch auf vielen Feiern. Tja, das ist das eine. Klar, viel Rascheln, viel Bild, aber dass das richtig schweißtreibende Arbeit ist, davon hat sich Tobias Becker überzeugen können. Das sind die Pfützenmeyer Cheer Dancers. Und das bin ich in der Höhle der Löwinnen. Grund zur Sorge? Null. Die Mädels sind alle ganz lieb. Dürfen das auch Jungs sein eigentlich? Oder bin ich jetzt so ein bisschen die Ausnahme? Eine absolute Ausnahme. Warum das so ist, zeige ich als Paradebeispiel im Training. Los geht's mit lockerem Aufwärmen. Wenn nicht, mach nur die Füße. Ist okay. Naja, das kann nur besser werden. Du bist falsch rum, aber ist okay. Ich mach so mit, ja. Ja, gerne. Bei mir geht eher der Bauch auf. Das ist dein Problem. Beim Cheer Dance geht's ja vor allem um das Tanzen. Die wahrscheinlich grundlegendste Choreografie ist die Kicklarn. Wenige Minuten für mich schweißtreibendes Training. Später dann meine erste richtige Choreo. Sieht schon alles ziemlich schwer aus. Ist es auch. Aber. Ich hab hier echt Beispiele, die sind am Anfang überhaupt nicht mitgekommen. Kann sich da mal bitte einer melden? Wer ist am Anfang überhaupt nicht mitgekommen? Wer ist am Anfang gar nicht mitgekommen? Sophia, die Kim, die Melanie. Gott sei Dank, das beruhigt mich jetzt auch irgendwie. Das war am Anfang schwer, glaube ich, kann jeder bestätigen. Aber man kommt rein. Und man wird immer besser und kriegt auch die Schritte dann viel, viel schneller drauf. Zweimal die Woche trainieren die Cheer Dancers Plus-Auftritte und ab und an Sondertraining. Es kommt auf das Pensum an und auf den Schwierigkeitsgrad der Choreografien. Oftmals brauchen sie so eine halbe Stunde für eine Choreografie und lernen teilweise bis zu fünf Stück am Abend. Soweit, so gut. Also, Training hat Spaß gemacht. Fertig. Äh, äh. Nix da, denn das ganze Training, das muss sich ja auch lohnen. Danke, Mädels. Also, am Mittwoch bist du unser Ricky Martin. Und, ähm, du kennst das Lied Cup of Life? Ja. Genau, da hast du am Anfang dein Solo mit Do you really want it? Pose, 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 ja? Solo. Zwei Stunden Training, tagelang zu Hause Proben und viele Nachfragen später war es dann soweit. Die anderen grinsen schon, die stehen nämlich da hinten. Guck da. Die lachen schon. Freuen sich. Drei Sekunden hab ich's noch. Drei Sekunden. Das ist 30 Sekunden Hölle. Die Fitzemeier. Cheer Dancer. Do you really want it? 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 Dort? He they wants it. Do you really want it? No. No. I don't want it. Go. Hut ab vor den Mädels. Jawohl, und darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen mit Sophia, Nadine und Kett. Sie sind bei uns im Studio. Erstmal, wie hat sich Tobi angestellt? Super. Also dafür, dass er das das erste Mal gemacht hat, glaube ich, er hat Talent. Ja. Sophia, wir haben es gerade eben im Beitrag gehört. Am Anfang war es etwas schwierig mitzukommen. Also für dich genauso schwierig auch für Tobi? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da auch so meine Probleme. Gerade wenn Hände und Füße gleichzeitig irgendwas machen mussten. Aber das kommt mit der Zeit. Da sind wahnsinnig viele Choreografien. Wo trittet ihr denn überall auf? Ja klar, also bei den MLP Academics sind wir bei jedem Heimspiel zu sehen. Dann auch bei den Weinheim Longhorns. Wir werden für Firmenveranstaltungen gebucht. Wir waren auch schon für Auftritte in Mailand. Also Querbeet, da ist alles dabei. Es sind ja sehr viele Kostüme an sich, die ihr auch benutzt. Klar, Pompoms sind das eine. Das gehört natürlich obligatorisch dazu. Aber wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Die Kostüme, die bezahlen wir tatsächlich selbst. Also das meiste finanzieren wir mit unserem eigenen Taschengeld quasi. Wir verdienen natürlich auch ein bisschen was bei den Auftritten dazu. Das, was dann in die Teamkasse kommt, nutzen wir dann auch, um die Kostüme da zu bezahlen. Aber es ist ja jetzt auch geplant, dass wir Uniformen von Pfitzenmaier kriegen. Wie an sich kann ich mir das Training vorstellen. Wir haben es eben schon gehört, zweimal die Woche trainiert ihr mindestens wahrscheinlich. Genau, also normales Training ist zweimal die Woche zwei Stunden. Dazu dann alle zwei Wochen mindestens einen Auftritt momentan. Die Heimspiele von den MLP Academics und dann natürlich extra Training noch für spezielle Auftritte. Wenn jetzt jemand sagt, da habe ich tierisch Bock drauf, will ich auch mal machen. Welche Voraussetzungen muss man denn oder wahrscheinlich eher Frau erfüllen? Also wir haben gar nicht so viele Voraussetzungen. Mindestens 18 Jahre sollte man sein. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir Mädels gewinnen würden, die wirklich Spaß am Tanzen haben und Lust drauf haben, ein Teil einer coolen Truppe zu sein. Also wir unternehmen privat sehr viel. Wir haben sehr viel Spaß und ein bisschen Rhythmusgefühl sollte schon dabei sein. Aber man muss jetzt kein Tanzprofi sein. Also auch ruhig Anfänger, Hauptsache Spaß am Tanzen. Ja, dass man kein Anfänger sein muss, das haben wir bei Tobi gesehen und er hat es auch einigermaßen schnell gelernt. Also vielen Dank an euch. Das war Cheer Dancen. Wir werden dann in den kommenden Tagen dann auch noch etwas über Cheer Leading an sich erfahren. Dazu, aber das kann ich jetzt schon mal sagen, später oder zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Und jetzt werden wir etwas über Mietköche erfahren. Denn wenn Sie mal ordentlich was zaubern wollen für die Familie oder die Freunde, selbst nicht wirklich Zeit haben zum Kochen oder vielleicht auch einfach das Talent fehlt, dann wäre das vielleicht was für Sie. Wir haben uns ganz genau angeschaut, was dabei rauskommt und auch was es kostet. Mh, lecker sieht das ja schon mal aus. Rinderbraten mit Rotkohl und Kartoffelgratter. Aber schmeckt das denn auch? Das zeigen wir Ihnen gleich. Bei Annette Glücklich ist der Name Programm. Sie macht die Menschen glücklich mit ihren Kochkünsten. Heute ist sie bei Familie Lurk aus Bürstadt und die haben ganz besondere Wünsche. Von mir war der Wunsch, selbstgebackenes Brot zu haben. Für die Köchin aus Worms kein Problem. Bevor es aber ans Kochen geht, kauft Annette Glücklich auch ein. Regionale Ware und Qualität sind ihr wichtig. Denn schrubbeliges Gemüse kommt ihr nicht in die Küste. Seit drei Jahren bietet sie diesen Service an. Gründe dafür gibt es genug. Also im Restaurant kommt es immer ganz schlecht an, wenn Sie in die Küche kommen und gucken, was so passiert. Bei mir ist es ja kein Problem. Man kann jederzeit gucken, sich auch Tipps holen, wenn man selber was kochen möchte. Man kann seine Kinder, wenn man die dann hat, zu Hause ins Bett legen und weiter feiern. Man muss nicht fahren. Kann also auch mal ein Glas Wein trinken, ohne dann Angst haben zu müssen. Und es geht gleich los. Zuerst das selbstgebackene Brot, gefolgt vom ersten Gang Jakobsmuscheln. Familie Lurg lässt sich zu besonderen Anlässen bewusst lieber daheim bekochen. Denn in die nächste Metropole zum Restaurant dauert es gut eine halbe Stunde. Mit Kindern und Oma nicht immer einfach. Die Kinder werden unruhig, dann stören sie vielleicht die anderen Gäste. Und das ist halt in dem Rahmen, ist das nicht so. Die Familie ist unter uns, die Kinder können spielen, niemand stört das. Und trotzdem ist es ein angenehmes Ambiente. Und während die einen also daheim genießen und entspannen, läuft im Hintergrund schon die heiße Phase an. Der Hauptgang wird serviert. Weidenrind mit karamellisiertem Rotkohl und Kartoffelgratter. Ich bin eigentlich nicht rotkrautfreundlich, aber das ist schon vervorragend. Das ist gut gemacht. Mhh, da kommt es auf das Spiel. Das ist normal. Und ob es schmeckt, das kriegt die Köchin auch gleich mit. Das ist auch, glaube ich, das, was der wahre Lohn für jeden Koch ist, wenn die Gäste glücklich sind. Und da hatte ich mit meinem Namen ganz besonderes Glück. Beim Kochen geht Annette glücklich immer auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden ein. Davon hängt dann auch der Preis ab. Hier hat das Menü rund 80 Euro pro Erwachsenen gekostet. Dafür bringt sie alles mit, was sie zum Kochen braucht. Und gespült wird hinterher auch noch. So, und ich hoffe, das war jetzt der Sonnentanz, denn den können wir momentan richtig gut gebrauchen. Also erstmal herzlichen Dank an die Pfützenmeyer Cheer Dancers und ob das was wird mit der Sonne, das sehen wir jetzt. Nach erneut eisiger Nacht beginnt der Tag recht freundlich. Mittags ziehen dichtere Wolken von Südwesten auf. In der südwestlichen Landeshälfte ist ab Nachmittag auch etwas Schnee möglich. Abends kommt es dann auch im Norden an. Tagsüber bleiben die Temperaturen meist über den Gefrierpunkt. Dabei werden bis zu 5 Grad erreicht. Bei frischem Ostwind fühlt es sich dennoch etwas kälter an. Die nächsten Tage zeigen sich teils bewölkt, teils freundlich. Nach einem weitgehend trockenen Samstag sind ab Sonntag wieder häufiger Schauer möglich. Das bisschen Schnee geht mehr und mehr in Regen über. Denn die Temperaturen steigen deutlich an. Am Montag sind schon bis 11 Grad plus drin. Auch die Nächte werden zunehmend frostfrei. So, also das geht ja einigermaßen wieder mit den, zumindest mit den Temperaturen. Jetzt hoffe ich auch wirklich, dass es mit den Niederschlägen dann auch aufhört. Sonne aus den vergangenen Tagen und steigende Temperaturen, dann wird das doch was mit dem Frühling. Heute ja, meteorologischer Frühlingsanfang. Ole, ole, ole. Aber hoffen wir auch nur, dass die Natur nachzieht. Ich habe meine Luft wieder gefunden. Ja, richtig. Genau, falls Sie etwas später zugeschaltet haben. Tina war heute Morgen am Anfang der Sendung noch ordentlich hier am Rumrennen. Ja, ich hatte mein Mikro vergessen und das musste ich mal eben ein anderes Mikro holen. Dann bin ich ein bisschen losgesprintet. Tina, das hast du wahnsinnig gut gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er nicht ausrutscht. Aber mach das natürlich aus einem bestimmten Grund. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ich finde auch, ich finde, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich dich sehe. Du bist die beste Chefin vom Dienst, die ich mir heute habe vorstellen können. Zumindest. Ja, also klar, hat seinen Grund, denn der 1. März, das ist auch der Tag der Komplimente. Und wenn Sie vielleicht jemanden haben, dem Sie mal ein Kompliment machen wollen, heute ist doch der beste Anlass dafür, damit zu beginnen oder mal wieder eins zu machen. Das ist doch immer schön. Man freut sich. Ich finde aber trotzdem, das sollte man genauso halten wie mit dem Valentinstag. Ja, das hat man irgendwie einmal im Jahr, aber auch die anderen 364 Tage, die sind dazu da, seinen Liebsten, die Liebe zu zeigen und natürlich auch den Menschen, die man mag und die was Gutes leisten, auch einfach mal ein Kompliment zu unterbreiten. Also nehmen Sie das gerne mit. Und wenn wir gleich hier mit der Sendung fertig sind, schauen Sie sich doch mal um. Wem können Sie heute noch ein Kompliment machen? Morgen machen Sie sozusagen zwei unserer Kollegen gegenseitig Komplimente. Morgen haben wir einen Veranstaltungstipps-Battle. Oh Gott. Ein kleiner Kampf. Genau. Natalia Höppner und Jonas Himmel stellen Ihnen morgen die besten Tipps fürs Wochenende vor. Bleiben Sie gespannt. Das ist wirklich sehenswert. Genau. Und wir freuen uns drauf und freuen uns auf Sie, die besten Zuschauer hier bei Ron. Tschüss. Bis dann. Ciao.